Moin Freunde und Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play WoW BFA. Wir sind immer noch unter dem Meer unterwegs mit lustigen Fliegen aus unserem Kopfloch. Ja, und auch unsere Begleiterin haben wir verloren. Aber wir können jetzt endlich die Quests weitermachen und die Spezialwaffen finden. Ist natürlich klar, was das für welche sind und dass die Naga das hier unten nicht kennen. Zeug davon, dass sie sich ganz gut aufgeteilt haben. Nämlich die, die Nasiata weiterhin bewachen. Die, die weiterhin irgendwelche, weiß ich nicht, Zonen wie Schlingdorn-Tal infiltrieren und uns da das Leben zur Hölle machen. Und die, die uns auf Insel-Expeditionen eben das Azerid klauen wollen. Und die gegenseitig wissen eben untereinander dann nicht mehr, wer was die anderen sind und was sie machen und was sie sammeln und wen die angreifen. Im Schlingdorn-Tal war immer so eine Quest irgendwie an der einen Küste mit diesem Schilfrohr. Der ein oder andere erinnert sich vielleicht, wo man auch in so eine Ruine stellenweise rein musste. Und ja, von daher klar, Azerid-Waffen kennen die nicht. Aschenwind ist hier mit dabei. Die größte Wirtschaftshandels-Denkertuse, die wir so haben in dem Bereich. Ich ja von Waffentechnologie und Co. Da hat die ja durchaus ein Wörtchen immer mitzusprechen. Von daher, überraschend. Die Waffen in der Halterung strahlen eine euch wohl bekannte Energie aus. Die geht zu Herzen. Wisst ihr, wie ich meine? Schön. Naga-Geheimnisse stehlen. Bei näherem Hinsehen wird deutlich, dass die Klingen aus Azerid geschmiedet wurden. Waffen mit solchen Kräften sollten niemals in die Hände der Naga gelangen. Oder irgendwem, der uns feindlich gegenübersteht. Die nehmen wir einfach mit, ne? Wir gönnen uns jetzt hier so einen schönen Azerid-Sperr. Zack. Nö. Oh. Oh. Um 50% erhöhter Schad. Ich hoffe, die haben wir dann auch im Raid. Ich meine, das war jetzt normaler Pally-Damage. Ja, der Buff war natürlich noch gar nicht aktiv. Und man muss sich geben, wir sind jetzt in der Militärfestung der Naga. Haben ihren Posten erfolgreich infiltriert. Haben ihre Drachen gefüttert. Wie ein Unmensch. Und jetzt natzen wir die komplett kaputt, während wir eben ihre Waffen klauen. Also, das ist schon ein Move. Das ist so, man würde sagen, outstanding move. Ja, wäre ich jetzt irgendwie ein Lehrer, der Schach erklärt oder so. Und der Schüler natzt sich auf einmal, ja. Dann, das bin ich jetzt in diesem Moment. Und ich kann es nicht fassen, was das für ein heftiger Move ist. Und guck mal, wie wir die zerlöten. Was für Krieger-Elite, oder? Wir sind nicht mal im Raid. Wir sind nicht mal ansatzweise im Raid. Gut, wenn der Part kommt, vielleicht noch, wie lange, eine Woche oder so. Ja, vermutlich so in dem Dreh. Und wir natzen schon mal die Militärbasis kaputt, ne. Also, langsam wäre ich als Azshara dann auch ein bisschen pisse. Und würde als ein Sos dann logischerweise verlangen, dass da endlich mal was ein bisschen passiert, ja. Je nachdem, was sie jetzt eigentlich auch wollen. Ist ja immer noch nicht so ganz geklärt, ne. Wer ist da jetzt Feind? Wer ist Marionette? Wer Puppenspieler? Und so, mir gefällt dieses Beispiel sehr gut. Deswegen werdet ihr es auch ständig hören. Und mittlerweile auswendig kennen. Aber das ist eben so, liebe Leute, ne. Zack. By the way. Haben wir uns heute erst sehr geärgert. Auch denn, es ist ja, wo ich das hier aufnehme, immer noch Sonnenwendfest, ja. Und du hast ja bei den Festsagen, wie auch beim Dunkelmond-Jahrmarkt, eigentlich immer die Option, ähm, ja dann so Baum zu tanzen oder mit dem Karussell zu fahren oder irgendwas zu verbrennen oder whatever. Und dadurch dann so ein EP und auch Erfahrungs... EP und Erfahrungs-Buff. Ja, es ist sehr warm, Freunde. EP und Huf-Buff zu bekommen. Ja, und Sonnenwendfest für uns jetzt... Boah, können wir ja mal gucken, warum redet da keiner drüber? Ja, sind wir hin nach OG am Baum getanzt. Bringt nur EP durch Kills. Auch auf 120, ne. Den haben sie jetzt extra, meiner Meinung nach, weil da war doch immer Ruf dabei, oder? Haben die das jetzt extra irgendwie runtereskaliert oder weggenommen so? I don't know. Naga-Laga, krass. Ich glaub, wenn ich irgendwie Rapper geworden wär oder so, das wär mein Album-Titel. Der komplette Name einfach, ne? Naga-Laga, alter, richtig geil. Lord Timmer. Ich erkenne diese Handwerkskunst. Das ist die Arbeit von Priscilla Aschenwind. Sie muss den Naga beigebracht haben, wie man Azerid-Waffen schmiedet. Aber warum? Also... Wie? Warum? Was? Nein, der Feind will uns töten, aber warum? Lord Timmer. Also... Wirklich. Karol, er muss sich ja wirklich grad mal ne Pause lassen, um innezuhalten. Wir können nicht erwarten, irgendeinen Kampf zu gewinnen, wenn unser Feind Azerid-Waffen benutzt. Nein, wir müssen einen Weg finden, die Chancen auszugleichen. Ja, ja gut, okay, wir haben jetzt natürlich nicht Zugriff, da wir nicht mit dem Kriegshäuptling zusammenarbeiten und auch die Stoßtruppen von Orgrimmar uns jetzt nicht unbedingt direkt unterstehen, wenn wir Lord Timmer-Tiron an unserer Seite haben und Okuleth aus Suramar. Aber eigentlich haben wir krasse Waffen. Ja, aber Gallywix und Sylvanas werden uns hier vermutlich nicht helfen. Wir können davon ausgehen, dass die Naga ein ganzes Arsenal dieser Waffen haben. Ja. Wenn wir es finden können, beschlagnahmen wir die Waffen und rüsten unsere eigenen Truppen damit aus. Huh. Okuleth hat eine Methode gefunden, selbst kleinste Mengen Azerid zu orten. Versorgt ihn mit allem, was er braucht. Ja, alles was er braucht, der gute Mann. Ich meine, die Naga, natürlich, Invasion auf Inseln und so, die haben auch ein bisschen Azerid. Nicht so tonnenweise Schiffe wie wirtvoller Steinchen, aber die haben auch gut was geschafft. Liquidierung von Seeschnecken. Bei dem Verfeinerungsprozess von Azerid entsteht ein Nebenprodukt, das mit bloßem Augen nicht erkennbar ist, aber mit gebrochenem Biolumin-Essententem Licht sichtbar gemacht werden kann. Der Meeresgrund ist voller Kreaturen, die genau das erzeugen, was wir zum Aufspüren dieses Waffenvorstecks brauchen. Sehr schön, so ein bisschen Schwarzlicht, am besten nur nicht hier, nur nicht in den Höhlen der Giblins so ein bisschen damit rumleuchten. Begehrte Kristalle. Die Waffentur zu finden, dürfte kein Problem sein, wenn wir erst die richtigen Hilfsmittel haben. Wir haben nur ein bisschen Licht und eine Menge Biolumin-Essente-Flüssigkeit. Das scheint alles recht einfach zu sein, oder? Aber der Schlüssel ist der lichtbrechende Tiefseekristall. Man sagt, dass der Stamm der Blutflossen ganz versessen auf diese Kristalle ist. Also dürfte es nicht allzu viele Schwierigkeiten bereiten, einen zu bekommen. Ja, holen wir vom Horter. Weil wenn jemand Horter heißt, wissen wir, dann ist das einfach ein schlechter Mensch und der muss weg. Ja, und man muss allen Besitz aus seinem, naja, Besitz halt rauben. Das war, lyrisch war das ein Meisterwerk wieder, dieser Satz, oder? Da frage ich mich manchmal selber, Junge, wie ist das überhaupt möglich, oder? Wie kann man so heftig formulaten, auf Deutsch gesagt, völlig krank von der. Ja, es ist viel zu warm. Ich leide Höllenqualen gefühlt bei dem Wetter. Und ich bin auch jemand, der gerne auch duscht und gerne heiß duscht und so, ne? So, dann kann ich nicht richtig atmen. So, das heißt, Sommer fickt eigentlich alles in meinem Leben, was ich gerne tue. Ja, und das auf die üble Art und Weise. Das ist wirklich nicht schön, Freunde. Ich grüße alle Sommermenschen, genießt eure Zeit, aber erinnert euch immer dran, dass ich gerade leide. Ja, tausende Menschen leiden am Sommer in Deutschland. Ja, das ist überall auch in den Nachrichten. Ja, da sind dann so die Gesichter so zusammengefügt zu einem einzigen. Kennt ihr so? Hat mich immer richtig fertig gemacht, so auch. Das war ja teilweise sogar in Kunstbüchern und so, glaube ich, mit drin. Müssen wir die überhaupt töten? Ne, wir müssen nur den Horter finden, ne? Ähm, wenn du so ganz viele Faces hattest und die haben dann wiederum aufgrund ihrer Skalierung und Einfärbung und so weiter ein weiteres Face ergeben, ne? War dann ein Gesicht zusammengesetzt aus hundert anderen. So, und das ist dann das Gesicht des Hitzehasses, ja? So sieht's aus von. Und da sag ich, da bin ich mit dabei. Ne, da sind wir dabei. So nach dem Motto. Oh, gucke hier. Da hat hier wer seinen Begleiter vergessen, ne? Lässt er alleine gegen die Murlocs kämpfen, die miese Radde. Das ist auch nicht die feine englische Art, aber gut, ich meine, ich rede gerade über feine englische Arten und zerquetschte Schnecken. Das ist höchstens die feine französische Art, ja? Da müssen wir ja jetzt völkerverständigungstechnisch auch ein bisschen realistisch bleiben. Dann hat er mit England wenig zu tun, ja? Und ihr wisst, ich esse ja auch alles. Ich esse ja Rosenkohl, Brokkoli, Blumenkohl, Chicorée, Sellerie, alles, Digga, Aubergini, Zucchini, alles, Bruder, ja? Ja, aber ich weiß echt nicht, ob ich mir so eine Schnecke gönnen würde. So, mein Cousin hatte bei dem einen Familiengrillen, hatte der auch so Austern mit. So eingefroren, fertig, abgepackt. Okay, trotzdem teuer, Alter, ja, jetzt nicht ja billig Auster von der Tanker oder so. Keine Ahnung, ob es sowas gibt. Und, äh, keine Ahnung, hat mich auch nicht gereizt, als dann alle probiert haben und meinten so, ja, das schmeckt nach mehr. Ja, und so, ey, ich hatte null Ambition, weißt du, diese Muschel so auszusutschen, wisst ihr, wie ich meine? Nur wenn es jetzt drauf ankommt, mege ich da auch nicht rum, ja? So, wenn es wichtig ist oder nötig oder was auch immer, dann mege ich da nicht rum bei Essen, ja? Weil man kennt es ja, die Situation, wo Essen dann wichtig ist, ja? So, aber da habe ich überhaupt keinen Reiz dran, irgendwie so ein Schalentier auszusaugen, wisst ihr, wie ich meine? Auch so, wenn so Leute haben, zwei Kumpels von mir haben auch mal gemacht, eine Zeit lang bei Amazon hier diese ganzen Pakete bestellt mit irgendwelchen gebackenen Insekten und so weiter, ja? Und irgendwelche Schaben und Larven und Mehlwürmer und so und haben die dann gegessen und ich dachte so, ja, ich meine, für den Gag und so, ja? Für den Gag und mal hier eine Gruppe schicken, so, wenn man wieder fragt, oh, was gab es bei euch so zu essen, ne? So ein Video mal schicken, wie man so ein Würmchen frisst, ja, okay, toller Eiweißlieferant, wissen wir schon, seid ausgesetzt in der Wildnis mit Bear Grylls, aber mich reizt das gar nicht, Alter. Ja, mich reizt das überhaupt nicht, also, weiß nicht, und da meinen die Leute auch, wenn so ihre Außer gesotcht haben, so irgendwie, oh, das schmeckt ja nach mehr, wo ich so denke, ja, aber nach mehr mit Doppel-E, ne? Nicht so nach, wenn du schönes Schnitzel hattest, das schmeckt nach mehr, da brauche ich mehr von, ne, ne, das schmeckt einfach nur nach Wasser mit Salz, wo ich so denke, ja, steigert jetzt auch nicht die Lust, irgendwie mir eine Nacktschnecke in den Mund zu stecken, wisst ihr, wie ich meine? Das ist, Freunde, ist alles nicht meins, muss ich euch sagen, wie es ist? Aber ansonsten, ich fresse einfach alles, Junge, ja? Ja, ich fresse einfach alles, wenn ich früher irgendwas nicht gegessen habe, dann gab es immer eine schöne Kriegsgeschichte oder so, ne? Ich bin zum Glück auch aufgewachsen in einem Umfeld, wo alle kochen konnten, ja, meine Mutter auch gelernte Köchin, deine Mutter ist gelernte Köchin, so, du weißt, wie es aussieht, ja? Von daher gab es auch immer feine Speisen, ja, egal ob Oma und so weiter, da wurden die Pflaumenknödel noch selbst gedreht und all solche Sachen, ja? Selbst gedreht vor allem, also, ne, selbst gemacht und so und die Pflaumen aus dem Garten und so, es gab immer tausend feine Sachen, ja? Rhabarber-Kompott zum Nachtisch auch selber gemacht und so weiter, das war immer geil, ja? Also, ich bin gut behütet und gut essend aufgewachsen auf jeden Fall, die Folgen davon sehe ich noch heute. Auch abseits der Waage, der Mann kennt ihn, aber, ne, mit so, so Sotsch-Zeug und ich nenne das jetzt Sotsch-Zeug, ein bisschen negativ, aber wie gesagt, wenn es sein muss, esse ich es auch, ja? Aber das juckt mich gar nicht, Alter, juckt mich gar nicht. Liquidierung von Seeschnecken, ja, habt ihr den Schleim, ja, ja, im Mund, ne, das ist klebriger als erwartet, sollte aber dann noch seinen Zweck erfüllen, das ist eine unglaublich widerliche Quest-Reihe, wirklich. Habt ihr den Kristall gefunden? Ey, ruf ab, bei den Entfesselten, coole Sache, habt ihr den Kristall gefunden? Jo, die Reinheit dieses Kristalls ist wirklich bemerkenswert, findet ihr nicht? Ich glaube, der wird seinen Zweck erfüllen, denke ich auch. Wir haben unsere Begleiterin, by the way, nicht mehr, weil wir die ja daily-mäßig von dieser Muschel holen müssen und ich hab gestern nicht mehr aufgenommen, weil er Stream war. Jetzt ist auch schon wieder fast um drei hier, ne, die Zeit rennt aller und die müssen wir jedes Mal neu holen, na, das ist so ein bisschen das Ding. Lasst euch von den Rückständen leiten. Ich hab ein Gerät gebaut, das nach dem Einschalten Biolumin-Essentes Licht abgibt und so Azerid-Rückstände sichtbar machen kann. Dadurch solltet ihr eine deutliche Spur zu dem Waffenversteck erhalten. Viel Glück, Herr Springer. Wir haben unsere Verbündeten in Sicherheit. Gebt auf euch Acht. Die Nager werden ihre Waffen nicht freiwillig aufgeben. Oh, das ist überraschend. Lorte, Mann. Er ist so ein bisschen, also ich weiß nicht, ob er, kennt er Krieg? Weiß nicht, was hier mit meiner News-App, die rastet aus. Bundeswehrhelikopter in Niedersachsen abgestürzt. Was ist da wieder los, Alter? Bolias hat nur Stress mit seinem Haus und die Brüder kommen da nicht mehr klar, weißt du, in den Tarnfarben. Dann, Gottes Willen. Ganz schlimm. Ich hoffe, ist keiner verletzt worden. Ich hoffe, das ist, Gottes Willen, Helikopter abstürzt. Denkst du auch mit nichts, rechnen jetzt mit nichts, weißt du? Und dann so eine Scheiße. Also, es ist auch nicht schön. Das Gerät benutzen wäre nicht schlecht. Ich reite hier los, rede über Helikopter und abstürze, weißt du? Und dann sowas. So dumm kannst du auch immer gar nicht denken, ja. So dumm kannst du gar nicht denken. So vibriert direkt wieder, Alter. Vibriert direkt wieder, Gottes Willen. Und diesmal hat was anderes, Alter. Ja, Freunde, kurzes Telefonat mit den Brüdern in Camouflage, ne. Ob sie jetzt meinen fliegenden Elch ausleihen können, weil sie keinen Helikopter mehr haben. Ja, da sind wir wieder nach dem Hardcut. Ich muss vermutlich immer meine Questziele aktivieren, ne. So. Ach, gucke. Gottes Willen. Die Flecken überall, Freunde. Ja, auch das gute Eiweiß. Da sind wir wieder. So schnell kann es gehen, um Gottes Willen. Ja, wir sehen die Spur sehr, sehr deutlich. Ich möchte aber meinen, dass es Rückstände sind, die kennen wir, oder? Jeder, der schon mal irgendeine Arzerit-Welt-Quest gemacht hat. Ihr erinnert euch nicht dran, ob er das mal gemacht hat. Ich helfe euch auf die Strümpfe, Freunde. Champion! An dieser Stelle tritt Arzerit aus. Ja, jetzt klingelt es wieder, wusste ich doch. Freunde, jetzt habe ich euch schön auf die Strümpfe geholfen. Und das kennen wir doch, diesen Staub. Den sehen wir doch ständig, oder? Sobald da irgendwer, also Magni logischerweise, ne Kill-Quest hat für die Champions von Arzerot-Quest rein, ja. Das kennen wir doch, diese Rückstände. Also gut, unter Wasser vielleicht ein bisschen anders. Wer weiß, wie hier die Lichtbrechung und so weiter ist, aber dieses Gelöt, das sehen wir doch ständig und überall austreten, oder nicht? Oder? Das ist ja jetzt voll die unspektakuläre Animation. Deswegen bin ich da auch ganz schnell bei den Strümpfen gewesen und dachte mir, Mensch, da sind Strümpfe interessanter, oder? Da sind Strümpfe wirklich hundertmal interessanter als diese Rückstände. Aber gut, wir haben eine Lampe, wir haben eine Welt-Quest und wir haben hier jetzt vermutlich auch die passende Hühle. Waffentruhe. Also wenn da so ein Dreizack reinpasst, dann aber Prost Mahlzeit. Obwohl sie fest verschlossen ist, lassen die abstrahlenden Energien und das Gewicht erahnen, dass die Truhe Arzerit-Waffen enthält. Schön. Das Versteck ausräumen. Während der Untersuchung der Kiste ist Lärm in der Höhle zu hören. Eine vertraute Stimme die Befehle ruhe. Wer könnte es sein? Ihr Nager seid gut im Ausführen von Befehlen. Diese Waffen gehören zu den mächtigsten, die ich je entwarfen habe. Oh, das ist ja schön. Dann nehmen wir mal eine. Dann nehmen wir uns nochmal hier so einen schönen Kolben, Alter. Guten Morgen, Freunde. Ich grüße euch. Nager tragen auch keine Socken, Freunde. Bei denen hätte ich das Beispiel jetzt nicht bringen können. Tragt ihr im Sommer Socken? Wenn es so warm ist, irgendwie meine Füße sind immer kalt. Ich habe ja auch so Durchblütungsstörungen und so einen Scheiß, ne? Das ist alles ganz, ganz seltsam. Und... Das sind immer kalt, Digga. Und manchmal sind die zu kalt. Weißt du, da ist Sommer, da bist du über jede Kälte dankbar. Und die Füße sind trotzdem zu kalt. Musst du Socken anziehen. Ist alles nicht schön. Also mein Körper ist zwar auch ein Tempel. Ja, aber wirklich sehr, sehr seltsamer Tempel. Also das ist alles auch sehr komisch, Freunde. Ihr haut trotzdem ganz gut zu, ja, ne? Mit euren Hämmerchen, Alter. Da zünde ich mich jetzt einfach mal hier schön Handauflegen rein. Soll das so sein? Oder hätte ich die lieber Single-Target bedöppeln sollen? Oder soll hier mit meiner coolen Waffe... Wir können hier auch mal in die Pfütze rein. Kennen wir ja auch, meine ich ja, ne? Das meine ich eben, dass wir hier Mechaniken und so weiter kennen. Von diversen anderen gelönt. Ja, das... Ich glaube, ich weiß ziemlich genau, was wir uns hier vorzustellen haben, meine Gute. Check mal Lore-Playlist, so reudige Mutti. Also da macht sie mich ja an, dass ich nicht wüsste, was abgeht, oder? Was ist denn mit der los, Junge? Hat sie mein Insta-Bild wieder nicht gesehen von meinem Bücherregal, ne? Da denkt sie, ich weiß hier nicht genau, was passiert. Wahnsinn. Völlig crazy, die Alte. Völlig crazy. So, dich kicken wir einfach mal noch gut gelaunt. Butz und auch noch einen für dich hier. Und dann verabschiedet ihr dich. So, was soll jetzt noch kommen? Das ist meine letzte Warnung. Noch kann ich euch Gnade gewähren. Ja, vor allem als... Achso, sie hat... ...und ich ziehe meine Tropfen zurück. So richtig Lüssab-mäßig. Ich sag's dir mal, Peace, Freund. Ne, ich habe siebenhunderttausend Mann unter mir. Die stürzen sich gleich auf euch. Wahnsinn. Umarmung des Ozeans. Okay. Vor allem, sie hat gerade einfach komplett mein Stun denied. Habt ihr das gesehen, Freunde? Das fand ich echt frech. Das fand ich echt nicht gut von der Alten. Dass sie einfach ankommt und meinem Stun mit Entrinnen erstmal ausweilt. Also, das ist schon relativ muttihaft. Das finde ich alles nicht so schön. Das finde ich echt nicht gut. War vielleicht auch nicht so clever, mein Nichtblitz jetzt direkt zu wassen. Habt ihr zu machen? Bonus-Grid, Aschenwelle und ab dafür. Sehr schön. Ich glaube, uns fehlt ein Buff, oder? Uns fehlt doch der Buff von der Waffe. Wir hatten da jetzt safe wieder, wenn das die besten Waffen sind, die sie eh entworfen hat. So nach dem Motto. Dann hätten wir doch jetzt hier wieder 700.000% Bonus-Damage drücken müssen. Kann mir doch keiner erzählen, dass ein Mob, der sich hier noch ein Schild gibt, wie die letzten scheiß Haus-Vierkampf-Welt-Quest-Typen, dass der jetzt so lange dauert hier, oder? Gut, okay, ist vielleicht auch die End-Quest jetzt davon, aber ich hab ja so aufs Maul bekommen, also, weiß ich nicht. Da hab ich eigentlich erwartet, jetzt mehr Geheule schon im Slash-1 irgendwie mitbekommen zu haben für die Quests, ne? Hier, jetzt, und machen wir die Quests, alle, ist es Magier-Tomi oder was? So die Klassiker. Dafür zahle ich nicht 13 Euro im Monat, alle, so die klassischen Dinger, man kennt sie auf jeden Fall. Und das vermisse ich irgendwie, ne? Weil so lange, wie wir die alle gerade einschlagen, das ist ja auch nicht normal. Vor allem mit diesen Schilden, er lebt in Erscheinung 75% verringert. Was soll die Kacke? Und ich kann das auch nicht runternehmen, ne? Also, das ist ja, Freunde, das weiß ich nicht. Dann lieber erstmal High-Five Captain Igloo und der Fischstiel dann hier aus dem Wasser für die Fischstäbchen, oder? Das ist dann so die beste Aktion für die Kollegen. Aber gut, Regel Nummer 1, jeder macht sein Fischstäbchen, ne? Das haben die Alpen eben auch schon früher gesagt. Ja. Beherrscht euch, Mensch. Ja. Habt Vertrauen in eure Königin. Oh. Ich lasse nicht zu, dass euch etwas geschieht. Nicht, bevor ihr eure Bestimmung erfüllt habt. Schön. Und nichts weiter zu uns. Er hat immer schon so ein bisschen geilen Unterton auch drin, oder? Dafür, Freunde, man muss es, glaube ich, schon so sagen, dafür, dass das irgendeine verhexte alte Götter Fischthuse ist, hatte ich schon einen ziemlich heißen Unterton, oder? So. Müssen wir das auch mal festhalten? Nicht, dass irgendwer sagt, boah, der Lord-Typ, der stellt wieder nichts fest, der analysiert wieder nicht. Doch, natürlich, nebenbei. Aber problematisch ist für mich immer, wenn Fragen kommen, wo man anfangen müsste, in der Hose zu analysieren, weißt du? Nicht, wie im Kopf fängst du an, die Aussagen zu analysieren, sondern von der Hose ausgehen. Da will ich nicht wissen, was da manchmal bei rauskommt, weißt du? Aber das hatten wir heute ja auch schon so in dem Dreh. Guti, können wir auch schön zurückgehen zum Versteck, können uns da die verschiedensten Bonis abholen, hoffe ich mal. Weltquests werden wir jetzt hier nicht alle durchpimmeln, obwohl heute, Freunde, ist das erste Mal auch ab hier, ne? Denkt da dran. Haben wir natürlich auch, wie Eidgebundene und Co., die entfesselten hier heute das erste Mal. Schön irgendwie, was ist das, 800.000, 1500 Bonusruf in die Fresse oder so, ja, für die vier Weltquests, 2000 Gold dazu auf den Nacken. Kann man mal machen, ja? Kann man in der Tat mal machen. So. Wir haben, was wird abgebaut? Ich denke immer, die haben vielleicht noch irgendeinen Special Dialog, das ist das Klassische, ne? Kaufen und Handeln, was habt ihr und so weiter? Ja, was habt ihr für mich so? Okay, das war ja unser Salzabenteuer. Wenn ihr noch eine weitere Spitzsacke findet, solltet ihr unbedingt in die Bucht zurückkehren, um noch mehr Salzstein abzubauen. Ja, das gibt dann lustige Buff-Kristalle und so weiter. Sehr schön, eine merkwürdige Entdeckung. Ja, das war hier dieser Kristall, ne? Ja, ich habe diese Kristalle schon an verschiedenen Orten gesehen. Meistens befinden sie sich in ihrer Nähe merkwürdiger Schleim. Also, der befindet sich da. Das muss irgendwie zusammenhängen, aber ich weiß noch nicht wie. Zumindest ist der einzige Nutzen dieser Kristalle, den ich bis jetzt ausgemacht habe, dass mir kleine Kreaturen eine Zeit lang folgen. Tut mir leid, dass euch das nicht viel weiterhilft, aber ihr könnt euren Kristall zurückhaben. Lasst es mich wissen, falls ihr noch etwas anderes herausfindet. Oh, schleimige Kristalle. Das ist natürlich, also da muss ich sagen, super Sache, oder? Lortemar. Und wir haben auch Verdi. Offenbar reicht der Charas Einfluss weiter, als wir gedacht haben. Aschenwind mag entkommen sein, aber wenigstens haben wir die Waffen gesichert. Ja, tolle Sache. Erloschen aber nicht erledigt. Aschenwind wird uns vorerst nicht weiter stören, aber unsere Situation bleibt bedrohlich. Ich muss unsere nächsten Schritte überdenken, Herr Springer. In der Zwischenzeit sollten wir unsere Beziehung zu unseren neuen Verbündeten, den Entfesselten, vertiefen. Er probt ihre Fähigkeiten im Kampf und trainiert sie so gut ihr könnt. Wir werden sie in den kommenden Schlachten brauchen. Wir werden ihnen zeigen, dass ich unsere vereinten Kräfte kein Hindernis in den Weg stellen kann. Sehr gut. Unsere vereinten Kräften, by the way. Freunde, es ist auch zu warm für Grammatik, oder? So. Ja, 3000 Punkte brauchen wir alle. Da habe ich ja ultra Bock, Junge. Da habe ich ultra Bock. Warum habe ich jetzt hier noch nicht eigentlich... Müsste doch die Kriegskampagne auch weitergehen, oder? Äh, die Reiß... War, indem ihr die Quest die Reißzahnfeste sichern in der Saalor annimmt? Äh, ach so. Ah, ich habe das mit dem Treffen noch nicht gemacht. Mir fehlt auf dem Char jetzt hier das Ganze mit Bän gefangen nehmen, und so weiter. Die Folge, die muss ich noch machen, damit wir dann auch die Seite... Weil mit dem habe ich ja so gespielt, dass ich auf Silvichs Seite war, und mit meinem Main war ich immer bei Sauerfang, und so weiter. Damit wir das auf der anderen Seite und mit der Ali-Seite, und so weiter, beleuchten können, muss ich das auch mal noch weitermachen, Freunde. Wunderbar, kann eh nicht schlafen bei dem Wetter. Ja, was soll der, geil. So, wir rufen mal unsere Kollegin dazu, und ich glaube, die hat noch was für uns, oder? Nicht? Ich kriege jetzt nichts für das Ruf ab. Na, ihr seid ja drauf, Freunde. Ihr seid ja drauf. Ich kriege jetzt nichts für das Ruf ab. Ich kann jetzt nur was kaufen, oder was? Ja, und was kriege ich? Ein Schnägel, Alter. Hey, ihr habt mit uns 7000 Trilliarden Nager getötet. Hier ist euer Schnägel, Alter. Ihr könnt mal wieder schön zerquetschen. Ja, geiler Typ auf jeden Fall. Habe ich jetzt ein bisschen mehr erwartet. Aber gut, was willst du machen? Was willst du machen? Ja, liebe Leute, äh, wenn ich das schon sehe. Liebe Leute, das war's soweit. Erstmal aus dieser Ecke wieder. Wir werden uns im Folgenden dann hier drüben noch umsehen. Und dann sind wir, glaube ich, auch schon in Zeiten einer ersten Pausenphase vom Naziatar-Let's Play, weil natürlich rufgebunden, ne? Und so gern ich mit euch auch aufnehme und das Ganze hier durchpimmle, ich glaube, ich schaffe es nicht, mit dem Twink auch noch alle Weltquests und so weiter zu machen, damit wir da im schnellen Rhythmus hinterherkommen, ne? So nach und nach, und wenn es dann was Neues gibt, wie immer in der Kriegskampagne und so, werde ich das natürlich auch aufnehmen, weitermachen. Aber wir haben natürlich auch, was wir tun werden, wenn wir nicht länger ums Überleben kämpfen. Aber ich freue mich darauf, es herauszufinden. Ja, zieht euch aus und werft euch auf einen großen Haufen. Nur Socken anlassen, ne? Das hatten wir vorhin schon. Ja, und dann, äh, wir gucken vorne, wir machen weiter. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns dann im nächsten Part, wenn ihr wollt. Bis dahin, haut rein. Schau's! und wir sehen uns dann, wir sehen uns. Wir sehen uns,